Ja und damit, nachdem das leckige Intro da jetzt vorbei ist, sage ich auch mal wieder Hallo und herzlich willkommen zurück zur 21. Folge von Let's Play Land of Wales. Ihr seht schon, hier direkt im Bild, ich habe im Bahnhof ein bisschen das Dach vollendet, weil ich dachte, das ist langweilig fürs Let's Play. Ich habe das hier ein bisschen verschönert, aber ich finde, das Dach fehlt noch. Das sieht noch so sehr öde aus, da fehlt irgendwas. Überlegen wir jetzt nochmal was. Ansonsten habe ich hier drin noch hier so schräge Treppen hingemacht hier und ein paar Bilder reingehangen. Hier auf die Brücke, die Wand halt. Hier, das war ja noch alles bekannt. Hier habe ich auch noch so einen Haltebogen-Dingen da gebaut und ein bisschen Licht hier reingepappt. Äh, und ich würde mal sagen, dieses Glas hier ist da eigentlich auch noch hier hin. damit das perfekt aussieht. Perfekt ist es bestimmt noch lange nicht, aber damit es schöner als vorher aussieht. Nenne ich es so. So, packen wir hier jetzt noch die paar Balken hin. Nenne ich runterfallen. So, würde ich sagen. Jetzt ist das auch schön aufgeteilt. Hier so ein Dach. So ein Dach. Ich finde, das passt gut. Und dann natürlich hier noch diese Artkuppel, von der ich geredet habe. Wie gesagt, es ist nur eine Artkuppel. So, dann habe ich auch noch diesen Gang hier eben. Ja, so gut wie vollendet. Könnte, man könnte jetzt eigentlich auch noch hier. So, Gemälde und Gemälde. Mal ein anderes Gemälde. Das hängt schon oben. Ähm. Hängt auch schon oben. Hängt da drüben. Jetzt keine anderen. Ach, kacke. Da hatte ich doch gerade eins, oder? Ähm. Gemälde platzieren in Minecraft. Was? Habe ich das schon oben? Nee, oder? Nein, habe ich nicht. Perfekt. Dann haben wir doch da auch genug. So, dann möchte ich natürlich auch noch einen Ticketverkaufsstand haben. Ich würde sagen, das packe ich mal hier hin. Ja, weil halt das sieht hier bestimmt ganz gut aus. Wenn man dann hier in der Ecke die Möglichkeit hat, ich glaube, das sähe ganz gut aus, weil man dann hier in der Ecke die Möglichkeit hat, sich auch noch Tickets zu kaufen. Ich muss das natürlich so bauen, dass die Villager hier später nicht rausrennen können. Mache ich das überhaupt nicht so? Braucht doch nur hier. Meine Güte. Das tut mir aber auch immer schwer mit so Sachen, finde ich. Zack. Zack. Und dann kommt hier in die Mitte. Ja, wo ist denn hier? Da, Zombie. Ich habe hier selbst durch meine höchst intelligente Absperrung hier zu springen. Vor allem Zombie, ey. Was mache ich denn? Nee, habe ich überhaupt ein Gehirn? Nee, ne? So, du gehst weg. Dich will ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. The All Villager 5. Das ist noch eine effektivere Möglichkeit. Warte, da war doch ein guter, oder? Tosteschüß. 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 Perfekt. was der liebe Sartigatosh hinbekommen hat auf den Server zu packen. Na ja, würde ich sagen hier noch eine Fackel und da eine Fackel. Vielleicht kann man hier drumherum noch was sitzen. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, so. Hm, ja doch, so lassen wir es. Hier drüben dann das gleiche. 1, 2, 3, 1, 2, 3, und dann hätten wir das auch. So, hier kommt jetzt noch ein Schild dran, wo Tickets draufsteht. Und L-Ticket, Ticket, so. El Perfecto. Ähm, mir fehlt noch irgendwas. Diese Wand ist zu leer. Gucken, Zoom sind doch eigentlich immer gut. Dann hier noch in die Ecke setzt. So, 4. Ja, kann genau hier auch noch hin. So, ich finde dann fehlt aber noch, das könnte man beispielsweise hier machen. so eine schöne blaue Orchidea. Ja, hier kommt dann immer ein bisschen frische Luft rein, kommt ja der ganze Wind dann durch. Aber das ist ja sowieso nur Minecraft, also ist das ja egal. Äh, ja, hm, Plattenspieler könnte man nicht noch irgendwo mit einem, vielleicht müssen hier nicht unbedingt Bücherregale zwischen, sondern Plattenspieler. Anfeindspieler. Amposs könnte man da hinstellen. Und, und, und. Ich kann doch bestimmt noch irgendwie mit. Und, und, und. brüchigen Steinmauern arbeiten. Von außen sieht das auch noch so scheiße aus. Ach, da fällt mir gerade ein, sonst habt ihr wieder keine Minekraft-Zauns. Oh, ich wusste es. So, jetzt müsstet ihr die Minekraft-Zauns richtig hören hier. Erd müsste jetzt stimmen eigentlich. Der RS-Griefer-Phoenix hat auch den Server verlassen. Ist er wieder da? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Dann könnte... Ja doch, ich glaube, so lassen wir es. Was hier dann auch wieder auf einem Bild draufsteht. Iserfeld LH-DF. Ist da der Iserfelder Hauptbahnhof. Gut. Fenster. Ich finde, hier fehlt noch ein Fenster. Das geht aus. Frage ist auch, ob das von außen gut aussieht. Ich lasse es einfach da. Ich finde es jetzt nicht so schlimm, wenn da ein Fenster ist. Enten ist die Kuppel mit dem Wasserfall und so. Ähm. DPA McThyven, das interessiert mich jetzt auch mal was da. Hier ist was krasses. Äh, ja, ne. Hier ist allerdings was krasses. Kann ich ja eigentlich auch mal zeigen, warum denn nicht. Oh, 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 nein, nein, Minecraft. Nein, Minecraft. Ja, dann wird das diesmal nur eine 10 Minuten Folge. Wir haben den Bahnhof eigentlich so gut wie fertig bekommen, finde ich. Müssen wir dann später noch eine Lösung für die Brücke da finden. Dann wäre es mal nur eine 11 Minuten Folge. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Kürzere, längere. Ist halt immer so. Und dann würde ich auch mal sagen, tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.